Es gibt mehrere OPC UA-Spezifikationen, um Maschinen über standardisierte Schnittstellen an überlagerte Systeme anzubinden. Bekannte Beispiele sind dabei der OMAC-Standard, Packe-Mail aus der Verpackungsindustrie oder der Euromap-Standard für Spritzgussmaschinen. In unserem Tierportalprojekt haben wir nun eine fertige Konfiguration von Maschinen und Antrieben, indem nur noch eine Schnittstelle zur Anbindung an ein überlagertes MES-System fehlt. Dazu soll unsere Maschine jetzt einen etablierten Standard von Euromap verwenden. Im ersten Schritt müssen wir dafür die OPC UA-Server-Schnittstelle an der CPU aktivieren. Hierzu gehen wir in die Geräte- und Netzesicht auf unsere Steuerung und wählen dann in den Eigenschaften der Steuerung den Punkt OPC UA aus. Nachdem wir den OPC UA-Server aktiviert haben, können wir in den weiteren Einstellungen das SIMATIC Standard Interface deaktivieren. Dies bietet uns die Möglichkeit, dass später unser OPC UA-Server auf der Steuerung nur noch die Variablen beinhaltet, die wir nach der Standardschnittstelle von Euromap definiert haben. Somit können wir auch einen besseren Zugriffsschutz auf unsere CPU ermöglichen. Abschließend müssen wir im Tierportal die erworbene Lizenz des OPC UA-Servers hinterlegen. Im Tierportal werden alle Runtime-Lizenzen zentral verwaltet. Dafür erfolgt der Wechsel in die Einstellung zu den Runtime-Lizenzen und es wird die korrekte OPC UA-Lizenz ausgewählt. Nachdem diese Einstellung bestätigt wurde, kann die Konfiguration gespeichert und übersetzt werden. Damit sind wir für diesen Teil im Tierportal fertig. Nachdem wir das Tierportal-Projekt fertig vorbereitet haben, können wir jetzt unseren OPC UA Companion Specification Modell im neuen Siemens OPC UA Modeling Editor, kurz SIOME definieren. In diesem OPC UA Modeling Editor kann ein Informationsmodell importiert oder erstellt werden. Anschließend können Variablen der Steuerung mit dem OPC UA Informationsmodell verschaltet werden. Zuerst müssen wir die Typen des Euromap Standards importieren, da unsere Maschine den Euromap Standard entsprechen soll. Die relevanten XML-Dateien werden zuvor von der Euromap-Webseite heruntergeladen und können jetzt in dem Tool importiert werden. Dazu wird der Button Import ausgewählt und anschließend die Datei, die importiert werden soll. Dies wird mit allen von Euromap definierten Dateien wiederholt. Man kann sehen, dass diese zum Projekt des Modeling Editors hinzugefügt werden. Nun folgt die Definition der Schnittstelle. Die Schnittstelle kann aus einer Vielzahl von Methoden, Variablen und Eigenschaften bestehen, welche in Objekten strukturiert sind. Wir haben die Schnittstelle der Maschine weitestgehend vorbereitet und importierten diesen vordefinierten Stand im Tool. Im Informationsmodell sehe ich nun die Schnittstelle der Maschine. Dort finde ich unter dem Reiter Injection Units alle aufgelisteten Spritzguseinheiten. Diese wollen wir um eine weitere Einspritzeinheit erweitern. Dazu legen wir zunächst eine Instanz des Objekts an, um diese über OPC UA erreichbar zu machen. Das wird über Rechtsklick Add Instance und die Eingabe eines eindeutig definierten Namens, der in Euromap spezifiziert ist, erreicht. Zudem muss noch ein Typ ausgewählt werden. In diesem Fall wählen wir den Typ Injection Unit. Das neu angelegte Objekt befindet sich nun im Informationsmodell und beinhaltet alle Variablen, die über die OPC UA-Schnittstelle für einen Client erreichbar sind. Diese soll nun mit einem Tierportalprojekt bzw. unserer Steuerung verschaltet werden. Dazu kann ich mich über den Tierportal-Button mit einer laufenden Instanz verbinden. SiuMan nutzt nun die Tierportal-Opence-Schnittstelle, um alle verfügbaren Variablen aus dem Tierportal zu extrahieren. Daher muss der Zugriff über die Open-Schnittstelle erlaubt werden. Hier können wir jetzt die relevanten Datenbausteine auswählen, die wir mit dem OPC UA-Informationsmodell verschalten wollen. Dazu wählen wir den Baustein an und gehen dann auf den Reiter Details. Nun sehen wir alle Daten und auch die komplexen Datentypen wie Strukturen oder PLC-Datentypen. Um diese zu verschalten, gehen wir in die linke Ansicht auf den Reiter Mapping und aktivieren jetzt das einfache Verschalten per Drag & Drop. Dazu wählen wir die Tierportal-Variable aus und ziehen sie auf das OPC UA-Adressmodell. Dies wiederholen wir mit allen Variablen, die wir verknüpfen möchten. Wenn wir mit der Projektierung fertig sind, wird die fertige XML-Datei exportiert. Diese benötigen wir in einem späteren Schritt zum Import im Tierportal. Hierzu wählen wir den Export-Button und bestätigen den Export. An dieser Stelle nutzen wir wieder das Tierportal, um die zuvor erstellte Schnittstelle der Steuerung zuzuordnen. Im Projektbaum wählen wir die Steuerung aus und können dann unter dem Reiter OPC UA-Kommunikation das zuvor erstellte OPC UA-Serverinterface aus Xiaomi importieren. Nachdem die Schnittstelle importiert wurde, ist das OPC-Adressmodell der Steuerung bekannt. Jetzt kann das Projekt gespeichert und übersetzt werden. Um die Schnittstelle zu testen, greifen wir mit einem OPC UA-Client auf den OPC UA-Server der SIMATIC S7-1500 zu. Dazu verbinden wir uns mit dem Server und finden nun alle Euromap-Objekte auf dem OPC UA-Server, wie wir zuvor angelegt hatten. Hierbei ist zu beachten, dass das Standard-SIMATIC-Interface nicht mehr sichtbar ist, sondern nur noch die zuvor definierten Schnittstellen nach dem Euromap-Standard. Hier finden wir nun im Objekt der Spritzgussmaschine die Einspritzeinheiten. Dort befindet sich die Einspritzeinheit 1, die eben eingerichtet wurde. Um die Verschaltung auf Korrektheit zu überprüfen, kann man die Variablen direkt auswählen, um einen Lesezugriff zu ermöglichen. Dabei sieht man, dass die Verschaltung mit den realen Variablen der PLC übereinstimmt.